Jo, Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Wir machen heute was ganz, ganz Neues, und zwar gucken wir nicht den Drachenlord, sondern wir schauen jemanden, der vehement versucht, den Drachenlord zu verteidigen. Papa Berti heißt der verwirrte Mann im Video. Schauen tun wir das Ganze bei Klonter77. Viel Liebe geht raus an den Ehrebruder, schaut gerne mal bei ihm vorbei. Ich will jetzt gar nicht lange schnacken, wir gehen mal rein und gucken, was er da so zu sagen hat. Hoi, hier ist euer Papa Berti, ja, was soll ich euch sagen? Ich komme gerade vom Sport. Und, naja, seit Jahren verfolge ich hin und wieder doch ab und zu mal dieses sogenannte Drachengehen. Man kann jetzt halten von Rainer, was man will. Ich bin auch kein Freund von vielen Sachen, die er gemacht hat. Sage mir doch aber, irgendwann ist auch mal genug, liebe Leute. Jetzt hat er ein neues TikTok-Video hochgeladen, wo er ja wohl irgendwie im Wald rumläuft und nicht weiß, wo er schlafen soll. Ah, okay, es geht um dieses Video, alles klar. Das haben wir das letzte Mal auch angesehen. Übrigens, kleines Update noch dazu, Rainer hat kein TikTok mehr. Also, es wurde wieder mal entweder gelöscht oder er hat es selber auf Offline genommen. Das kann tatsächlich sein, weil sein Odyssey-Account quasi zeitgleich verschwunden ist. Also, entweder er wurde fast gleichzeitig gebannt auf beiden Plattformen oder aber er versucht, sich gerade wieder so ein bisschen, ja, undercover zu halten und dann demnächst wahrscheinlich wieder zurückzukommen. Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist er zur Zeit accountlos, egal wo, soweit ich das zumindest weiß. Und das ist so dann der Absturz in Tüten. Gesetz dem Fall, klar, es kann jetzt gestellt sein, man weiß es nicht, aber gehen wir davon mal aus, dass es wirklich echt ist. Wie weit muss man gehen, damit man einen Menschen mobbt, der anscheinend wirklich nicht ganz seiner Sinne ist, ja, dass er überheblich ist, arrogant ist, das braucht man nicht weiter auszuführen. Und das ist irgendwo klar, aber auch warum, ja, klar, mühsam, das mal ein bisschen auseinander, warum denn? Wenn ihr jahrelang fertig gemacht werdet, dann werdet ihr irgendwann arrogant, genervt von allem, ja, beleicht jeden sofort. Ja, das kann vielleicht alles sein, aber was du hier gerade bei deiner Argumentation vergisst, äh, ich hab schon den Namen vergessen, Papa Berti oder so, ähm, ist ganz einfach, dass Rainer sich das alles selbst zuzuschreiben hat. Ja, Rainer war nicht da und alle dachten, komm, wir mobben den Bäumer weg, sondern informier dich doch ein bisschen, bevor du so ein Video machst, wo du ihn einfach verteidigen möchtest. Ich kann verstehen, dass unwissende Leute von außen, äh, so sehen, so, oh, das ist ein Mobbingopfer, der wird ja richtig krass fertig gemacht. Aber ganz ehrlich, bevor ich so ein Video droppe, informier ich mich doch wenigstens mal ein bisschen darüber, ob das vielleicht doch Hand und Fuß hat und ob er vielleicht zu Recht, ja, ich sag mal, einfach verachtet wird. Weiß ich nicht, also, man könnte ja wenigstens mal ein bisschen recherchieren und nicht gleich so ein Video aufnehmen. Das ist eine ganz logische Schlussfolgerung. Nur kurzer Einwurf von mir, ich selber kenne es auch, ich wurde auch in der Schule, in der Grundschule gemobbt und nicht immer, wie viele Leute sagen, wer gemobbt wird, ist selber dran schuld. Nee, ich wurde in der Grundschule gemobbt, weil mein Vater halt nicht der Liebste auf der Welt war und ich durfte es ausbaden, ja. Ja, das ist natürlich uncool, aber ehrlich gesagt, ist mir die Aussage neu, dass die Gemobbten selber schuld sind? Sagt man das wirklich? Dann habe ich das noch nie so mitgekriegt. Auf jeden Fall, nein, für Schulmobbing kann man eigentlich meistens nichts und man kann auch irgendwie nicht wirklich viel dagegen tun, zumindest ist das meine Meinung, außer vielleicht die Schule zu wechseln oder so. Das ist natürlich richtig kacke, ja, ähm, weil die meisten Kinder können nichts dafür, dass sie gemobbt werden, das ist halt immer so ein Ding, ein Kind ist ein bisschen komisch, dann wird halt weggemobbt, das ist meistens leider so. Äh, und das ist natürlich vollkommen nicht in Ordnung, aber hat halt gar nichts mit der Situation zu tun, in der Rainer gerade steckt. Auf so einem Dorf ist das wunderschön. So viel zu dem Thema, dass, äh, man dran schuld ist. Nein, dem ist nicht immer so. Nen, richtig, dem ist nicht immer so, aber informiere dich mal über Drachenort und seine Aussagen und dann wirst du schnell feststellen, dass er es provoziert, mein Junge. Ja, so, kommen wir zurück. Jahrelang wird auf diesen Kerl rumgehackt und ich muss sagen, Hut ab vor ihm, manch einer hätte sich wirklich schon umgebracht, also, äh, glaubt mir, äh, ich habe im Freundeskreis und auch im Bekanntenkreis Leute, die haben sich umgebracht. Alter, stell dir vor, Drachenort sieht das und denkt so, ey, Sattler, endlich einer, der es kapiert hat. Jawohl, ich bin der stärkste Mensch. Alter, wenn ich sowas höre. Ganz ehrlich, die Aussage ist völlig falsch. Er sagt, ja, viele Leute hätten sich schon umgebracht oder so. Ja, das sagt der Drachenort auch super, super oft. Soll ich dir mal was anderes sagen, lieber Papa, irgendwas, ich habe den Namen schon wieder vergessen. äh, Papa Berti, glaube ich. Ganz ehrlich, sehr viele Leute wären so intelligent gewesen, hätten es gar nicht so weit kommen lassen. Wie gesagt, das lag alles und liegt alles in seiner Hand. Einfach seinen Account zu löschen, was ja nun passiert ist, aber nicht durch ihn selber. Und ich bin mir auch ganz sicher, er wird demnächst wieder da sein, irgendwo auf irgendeiner Plattform und, äh, dann wird das Ganze wieder weitergehen. Ist nun mal so. Also, nein, das stimmt so absolut nicht. Äh, deswegen kann ich davon auch sprechen. Und selbst wenn, was ihm halt vorgeworfen wird, mit irgendwelchen, äh, Straftaten, das ist nicht euer Problem. Ich hoffe, ihr kennt die drei gesetzgebenden Kräfte hier in Deutschland, ja. Ja, Legislative, Judikative und Exekutive, die haben sich darum zu kümmern, ob einer straffällig geworden ist. Und nicht irgendwelche Leute, die vor seinem Haus stehen, sein, Anführungsstrichen, Eigentum zerstören, was er auch nicht mehr hat. Also, liebe Leute, wie weit muss man gehen, um den Menschen wirklich alles zu nehmen, nur aus Spaß an der Freude? Und, äh, ganz kurz bevor er jetzt weiterredet, natürlich sage ich auch in jedem Video, wo es halt, äh, um dieses Thema geht, von Straftaten distanziere ich mich auch ganz klar, ja. Ähm, dazu gehört zum Beispiel nicht, dass man zu ihm fährt und zum Beispiel auf seinem, äh, vor seinem Grundstück gechillt hat, weil das war keine Straftat, ja, das, äh, sehe ich anders. Aber wenn man jetzt zum Beispiel bei ihm aufs Grundstück geht oder wenn man ihn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wenn man jetzt, wenn er jetzt im Hotel ist und, äh, Klingelstreiche werden da gemacht und damit werden dann Dritte geschädigt oder so, äh, das ist halt nicht in Ordnung. Also, von Straftaten distanziere ich mich auch ganz klar von Sachbeschädigungen und so weiter und so fort, ja. Aber, wie gesagt, ähm, Rainer hat sich das selber eingebrockt. Und man muss auch bedenken, die Hater, die das machen, ja, er spricht ja das Hater-Kollektiv an, ne. Er ist, er ist quasi, er hat ganz schön viele Züge, die von Drachenlord auskommen könnten, ist ein bisschen erschreckend. Ähm, vielleicht hat Drachenlord Sport gemacht vielleicht, man weiß es nicht. Nein, also jetzt mal ohne Scheiß, äh, es ist schon ein bisschen belastend, dass er das so einfach sagt, weil dieses Denken, dass diese Haterschaft ein Kollektiv ist, ja, quasi eine große Person, äh, die aus vielen Kleinen besteht, die alle gleichzeitig denken, machen, essen, tun, ist halt absoluter Quatsch. Es sind ganz, ganz viele verschiedene Leute mit ganz, ganz vielen verschiedenen Ansichten und Meinungen, logischerweise, ja. Und Leute, die Straftaten begehen, das sind vielleicht ein paar Prozent, ja. Aber die meisten, sondern entweder Leute wie ich zum Beispiel, die selber Content-Creator sind oder sich ganz normal Content von anderen Content-Creatoren geben und keine Straftaten begehen. Also, das ist halt so dumm von ihm, die Aussage. Was anderes ist es nicht für euch. Jetzt kommt mir nicht mit irgendwelchen Sachen, ja, das ist gerechtfertigt. Nein, es ist nicht gerechtfertigt. Es ist nicht gerechtfertigt, äh, Leute fertig zu machen, egal was die gemacht haben darf. Jungs, ich mach mal ganz kurz das Video auf fucking, oh, nicht Qualität, ich mach mal ganz kurz das Video auf 1,5, äh, Wiedergabe. Der Typ redet so langsam. Dafür gibt es unsere Gesetze, unsere Polizei. Und bloß, weil ihr euch auf den Sack geht, habt ihr nicht das Recht dazu, ihn übelst fertig zu machen, egal ob es Drachenloch ist oder irgendwo anders. Bloß, weil ihr nicht in euer Gesellschaftsschema passt. Wie gesagt, ich habe wirklich viele Videos von ihm mitverfolgt und ich habe auch wirklich langweilig, ob ich dazu was sage, weil da wird man ja auch gleich gehätet, das ist nämlich auch das Ding. Jeder, der mal etwas anderer Meinung ist, der wird auch gleich fertig gemacht und der wird auch gleich im Dreck gewühlt, der ist das und dies da. Da könnt ihr bei mir lange wühlen, ich gehe nach Arbeit nach, ich bin Familienvater und ihr könnt mich mal alle. Ganz einfach. Okay, ja gut, das ist ja auch gar nicht die Intention dabei, irgendwie was über dich oder so auszufinden. Aber natürlich, wenn du, wenn du jemanden, der halt, äh, solche Aussagen wie Drachenlord es getan hat, getätigt hat und du ihn dann öffentlich mit deinem Gesicht im Internet verteidigst, mein Freund, natürlich wird dann ein Backflash kommen. Äh, das ist doch ganz klar, dass du da dann auch Backfire bekommst. Das ist da wirklich, also, das hat auch, also, weiß ich nicht, das hat doch was mit gesundem Menschenverstand zu tun. Ist doch, ist da auch nicht in Ordnung einfach. Also, vor allem nicht mit den Argumenten bis jetzt. Also, wenn da gleich noch was krasses kommt, okay, aber bis jetzt super schwach. Du werdet nichts finden bei mir. Aber dann kommen wieder irgendwelche Lügen. Das hatten wir schon, das Ding. Da gab es doch eine schöne Doku, wo dann irgendwelche Lügen über den Reporter erzählt worden wären. Mit Pädophilie, geh weit und hast du nicht gesehen. Bloß damit man ihn ins unrechte Licht führen kann. Also, echt, Leute, was ist los mit euch, einen Menschen so fertig zu machen, dass der, im selten Fall ist es echt, durch den Wald rennt und nicht mal mehr weiß, wo er pennen kann. Was, was geht in euch Menschen vor? Und glaubt mir, das ist nur so ein, das ist nur so ein Herdendenken. Weil es ein paar machen, müssen es immer mehr machen, anstatt mal selbst kritisch darüber nachzudenken, ob das denn auch richtig ist, was man macht. Und ich glaub mir, in vielen Sachen seid ihr viel schlimmer, wie, äh, wie der Drachenlord. Alter. Hat er nicht grad gesagt, oder? Wie soll man denn in irgendeiner Lage noch schlimmer sein als Drachenlord? Was ist denn das? Nee, sind wir nicht. Also, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn du ein Mörder bist oder so. Oder wirklich Leute vergewaltigst. Aber, also, Rainer ist schon menschlich gesehen echt sehr, sehr tief unten. Also, da muss man schon echt noch, äh, da muss man echt sehr tief graben, bevor man noch unten ist. Obereimer kommt. Das ist schon, äh, sehr schwierig, finde ich. Ihr zieht über Tote her, seinem Vater, was ich da schon für krasse Dinger gesehen habe, mit Rudi ausbuddeln und so nett Dinger. Was ist los mit euch? Ja, dazu kann ich mich auch mal äußern. Solche Sachen finde ich auch nicht in Ordnung. Das muss ich auch einfach mal dazu sagen. Also, ich bin kein Drachenlord-Befürworter. Jeder, der den Kanal ein bisschen verfolgt, der weiß das auch. Ich bin einfach nur jemand, der halt dieses Zeug kritisch, äh, sich mal ein bisschen anguckt. Und manchmal auch ein bisschen ausfallen würde, wenn man sehr doll auf den Sack geht. Ähm, da bin ich auch ganz ehrlich, da bin ich hier irgendwie objektiv oder so. Ähm, das habe ich ja auch nie behauptet. Ähm, aber ganz ehrlich, ich muss auch sagen, wenn es so um tote Familienmitglieder geht oder so, da ist auch für mich eine Grenze überschritten. Also, äh, das finde ich halt auch einfach nicht mehr witzig. Das finde ich einfach nur geschmacklos. So, dieses, äh, Rudi ausbuddeln, Rita ausweiden, das ist, ähm, das ist halt, weiß ich nicht, höchstens einmal lustig gewesen, wenn man das irgendeinem großen Streamer oder zum Beispiel einem Sido geschickt hat, der das halt dann nicht gecheckt hat und dann laut vorgelesen hat. Das war dann vielleicht einmal ein bisschen lustig, aber das finde ich auch, das überschreitet so eine Grenze, wo es echt geschmacklos wird. Das muss ich jetzt auch einfach mal dazu sagen. Ohne jetzt irgendwie Drachen dort verteidigen zu wollen, aber das finde ich auch geht zu weit. Und, und ewiges Kampieren, wo er noch da in seiner Drachenschanze gewohnt hat, da ewig Kampieren, da rumrandalieren. Also, hier tut mir echt wahnsinnig leid. Das ist echt, also, das staut sich mir, also, richtig hat sich das aufgestaut bei mir, weil, wie gesagt, ich hab das selber früher erlebt und ich kenne es auch von anderen Leuten. Ich hab Bekannte, die wurden auf Arbeit so dermaßen gemobbt und die haben dem niemals was getan. Das waren liebenswerte Menschen bloß, weil sie anders ausgesehen haben, besser vielleicht sogar ausgesehen haben. Die wurden so gemobbt, dass die arbeitsunfähig geworden sind. Also, nee, also, ich bin absoluter Gegner von dieser ganzen scheiß Mobberei. Und wir wollen es auch nicht schönreden, aber ihr geht jetzt echt zu weit. Ganz kleine Frage nebenbei, Bro. Wer ist denn bitte für Mobbing? Hä? Also, weiß ich nicht. Ist halt so eine weirde Frage. Das ist so, als ob du fragst, so, magst du Mobbing? Was hältst du von Mobbing? So, das ist so eine ganz weirde Frage. Natürlich gibt es Leute, die mobben. Und die würden dann vielleicht sogar diese Frage mit Ja beantworten. Aber wer würde denn wirklich sagen, ich mobbe gern Leute? Also, natürlich ist Mobbing scheiße, ganz klare Sache. Niemand möchte davon betroffen sein. Ihr seid schon lange zu weit gegangen. Also, wo das mit dem Haus schon war, wo er das dann verkauft hat und alles. Ja, das waren ja auch die Hater wahrscheinlich. Let's go. Ach, Mann, ey. Oh, zu viel ist gut. Und egal, wie er da reingekommen ist. Es gibt so viele Leute, die viel, viel schlimmere Sachen machen. Solange es halt immer gegen die Gesetze nicht verstoßt. Was geht es euch an? Kehrt vor eurer eigenen Haustür. Und was macht ihr? Was habt ihr gemacht? Und dann könnt ihr über andere Menschen urteilen. Und in meinen Augen sind viele von den Leuten so welche, die selber genug Dreck am Stecken haben. Und damit ihr eigenes Gewissen ein bisschen überspielen können, indem sie anderen fertig machen. Was ist denn das für eine Aussage? Guck mal, selbst wenn ich ein übelster, dreckiger Scheißmensch wäre, ja, wir nehmen das jetzt mal an, dann kann ich doch trotzdem eine Meinung haben über eine Person des öffentlichen Lebens, die öffentlich Aussagen bringt, wie damals waren es die Juden, jetzt bin's ich. Dann kann ich doch dazu sagen, dieser Mensch ist verachtenswert oder etwa nicht. Also, weiß ich nicht. Das hat doch damit nichts zu tun. Und auch dieses Strohmann-Argument, dass man sagt so, ja, was habt ihr denn gemacht? Ja, guckt doch mal auf euch. Das ist halt auch wieder so richtig, richtig ekelhaft. Einfach von dem Grundthema abzulenken und zu sagen, ja, aber hast du mal auf dich geguckt? Hast du mal auf dich geguckt? Weiß ich nicht. Auch total scheiße. Also bis jetzt wirklich das Video ganz, ganz, ganz schwierig. So sieht es nicht aus. Oder es läuft in ihrem Leben so scheiße, dass sie sich irgendeinen Playbox suchen müssen, an denen sie ihre Wut auslassen können. Und auch diese Sprüche mit der geht nicht arbeiten und so eine Scheiße. Sorry, da müsstet ihr Monte, Knossi, Ellutrix und wie die alle heißen, dann gehen die auch alle nicht arbeiten. Tanzverbot. Und alle, die irgendwie streamen, YouTube-Videos machen oder sonst irgendwas Mediales machen, gehen nicht arbeiten. Auch eure Lieblinge, Julian Bem und wie sie alle heißen, gehen alle nicht arbeiten. Julian Bem, man kennt ihn, Alter. Justus Bumm. Wer kennt das noch von euch? Schreibt es gerne rein. Nein, aber mal ohne Witz, das ist ja, weiß ich nicht, also so wie er es angeht, okay, aber ich verstehe, was er meint. So, YouTuber machen alle keine Arbeit. Ist aber Quatsch, weil sehr, sehr viele Leute stecken da sehr, sehr viel Liebe rein. Zum Beispiel jetzt nicht unbedingt ein Tanzverbot oder so, aber nenn mir einen einzigen von den genannten Personen, der so wenig Arbeit reinsteckt wie Rainer. Rainer ist so ein Typ, der nimmt ein One-Take-Video auf und kratzt sich nebenbei noch am Arsch und erschweckt noch drei Fliegen im Video und weiß ich nicht, geht noch 15 Mal und wiederholt den nächsten Satz noch 18 Mal und weiß ich nicht und cuttet einfach nichts raus. Einfach so Sachen, wo man das Video vielleicht mal ein bisschen aufwerten könnte. Er muss ja nicht Effekte reinknallen oder sonst irgendwas, aber das ist halt gemeint. Er verdient damit sein Geld und ja, macht nichts. Er macht nicht mal das Mindeste, er macht das Unterste, was geht. Und das ist einfach damit gemeint. Und egal, wie schlecht gut sein Content ist oder seine Videos sind, das sei dahingestellt, ich schneide auch nichts raus. Muss ich das? Muss ich Rieseneffekte reinmachen? Nein, das geht euch nichts an, was ein Mensch für seinen Content macht. Doch, es ist eine öffentliche Person, eine Person des öffentlichen Lebens. Also muss die Person auch mit der Meinung der Öffentlichkeit klarkommen. Und wenn man nun mal sieht, dass er nichts schneidet, obwohl er es könnte und dann lieber sagt, jo, ich musste heute noch ein wenig rumwongeln oder so, ja, oder rumwerken und ich musste noch dies, das erledigen, obwohl man weiß, er sitzt 24-7 auf seinem Arsch und macht nichts außer zu wichsende und zu fressende, dann ist das schon kritisierbar, definitiv. Das ist das Ding. Es geht euch schlicht und ergreifend nichts an, solange der Kerl nicht gegen Gesetze verstoßt, geht es euch nichts an. Und diese ganzen Mutmaßungen mit Gewalt und bla 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 müssen nachgewiesen werden und dann wird er anständig verurteilt und dann ist das auch gut. Und genauso dieses Ding, wo er Bewährung gekriegt hat. Ich will euch nicht sehen, wenn ihr ewig belagert werdet, dann irgendwann ihr auch euch verteidigen müsst und dafür da noch einen raufkriegt. Sorry. Also was das? Und diese ganzen Scheiß-Hater-Kanäle, die sich daran noch hochziehen, die sind auch nicht viel besser. Bro, jetzt wird es persönlich. Ja, also selbst dieser komische Ami, dieser Mr. Hank Loozer, wie der heißt da, also sorry, du hast anscheinend eine Kneipe oder so. Irgendwie hab ich das mal mitgeschossen, die Kneipe. Du machst Menschen zu Alkoholikern, verdienst dein Geld damit und siehst über einen fetten Herd, die Videos macht. Ah, Moment. Habe ich mich gerade verhört? Hat er das gerade gesagt? Ich muss aber ganz kurz, Moment Jungs, ich muss aber ganz kurz zurück. Ganz kleinen Moment. Anscheinend eine Kneipe oder so. Irgendwie hab ich das mal mitgeschossen, die Kneipe. Du machst Menschen zu Alkoholikern, verdienst dein Geld damit und siehst über einen fetten Herd, die Videos macht. Bruder. Hat er gerade zu einem Kneipenbesitzer gesagt, du machst Leute alkoholabhängig? Okay, der Typ ist ja komplett lost. Holy shit, ist das ein Drecksvideo. Ach du Scheiße. Okay, also dass er die Kritiker anspricht, ist eine Sache. Hank Loozer, Hank Loozer, sag ich schon, Hank Looz heißt der. Jetzt habe ich Hank Loozer gesagt, sorry. Hank Kuss. Ähm, ich muss dir nicht sagen, ich kenne nichts von ihm. Ich weiß, wie er aussieht und seine Videos wurden mir schon ein, zwei Mal vorgeschlagen. Aber ich habe noch nie ein Video von dem gesehen, deswegen kann ich dazu gar nicht viel sagen. Aber, was ich sagen kann, die Aussage, yo, du hast eine Kneipe, du machst Leute alkoholabhängig, das ist schon richtig, richtig, richtig mies. Was ist denn das für eine dumme, undurchdachte Aussage, Alter? Und sowas bringt er in ein Video, wo er Drachenlord, die meistgehasste Person in Deutschland, verteidigen möchte. Das war aber ein richtig, richtig dickes Eigentor, finde ich. Also die Logik ist super genial, um dein Gewissen reinzumachen. Machst du da irgendwelche Spenden-Sachen, von irgendwelchen Obdachlosen oder irgendwas, was das da war, oder Huren, oder Prostituierten, wie man so schön sagt. Irgend so ein Video, ich habe mal zwei, drei Videos von dir gesehen, und irgendwie war da sowas drin. Und das ist nur, um dein Gewissen ins Reine zu bringen, weil du andere Leute herziehst. Wow. Und du kannst dich profilieren damit, weil du ein bisschen mehr Geld hast, indem du Leute zu Alkoholikern machst. Not bad, my friend. Digga, also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob du diesen Hank Luce... Ganz kurz, äh... Hat er irgendein Programm, wo man sagt, so, Digga, äh, hier wirst du zum Alkoholiker gemacht, oder hat er eine normale Kneipe? Weil, Bro, wenn er eine normale Kneipe hat, dann hast du deine Fresse zu halten und sowas nicht im Internet zu sagen. Was ist denn das für eine asoziale Scheiße, Alter? Also, WTF, Mann. Und auch dieser Vorwurf, wenn er etwas Gemeinnütziges tut und du das dann sagst, so, ja, er will sein Gewissen nur reinwaschen. Selbst wenn es so wäre, dann hat er trotzdem etwas Gemeinnütziges getan. Was ist denn das für eine asoziale Scheiße? Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Man merkt, es hat sich ziemlich viel aufgestaut über die Jahre, wo ich das mitverfolge. Wie gesagt, ich bin kein Sperrlutcher hier. Ganz kurz, wenn du es über Jahre zurück mitverfolgen würdest, dann hättest du viel mehr Ahnung, Junge. Du hast vielleicht zwei Wochen mal ein bisschen was mitbekommen. Oh, der A betrachten, oh, seine Accounts werden gelöscht. Nee, 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 jetzt muss er im Wald schlafen. Jetzt mach ich ein Video. Boah, äh, Junge. Dieses Video ist das Erbärmlichste, was ich jemals gesehen habe. Und wenn ich einen Menschen nicht mag, dann ignoriere ich ihn einfach und mache ihn nicht auf das Leben zur Hölle. Weil ich möchte mir die Jacke nicht anziehen, dass einer seinen Job verliert oder sein Haus verliert oder ein Wald pennen muss oder sich vielleicht sogar umbringt. Ich könnte das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Kann ich mit meinem auch nicht. Und ich bringe ihn ja nicht um oder sonst irgendwas. Ich beziehe es jetzt mal auf mich und auch auf viele andere Hater. Alles, was wir machen, was die meisten von uns machen, sind, sich Videos von ihm zu geben und irgendwelche Kritiker anzuschauen, die halt ihre Meinung über ihn auslassen. Weil er eine Person des öffentlichen Lebens ist. Ganz, ganz einfach. Es liegt jederzeit in Drachenlurts Hand, denen alles zuzumachen, wie es jetzt gerade ist. Aber wie gesagt, er ist ja nicht freiwillig. Und komplett sein Leben auf Null nochmal neu anzufangen, sich einen Job zu suchen oder meinetwegen auch zu harzen oder sonst irgendwas. Aber nein, er macht es immer weiter, er provoziert und provoziert. Und das sieht dieser Spinner nicht. Und das triggert mich ja ultra hart. Ich möchte mir noch abends in den Spiegel schauen können und mir selber sagen, jo, du hast zwar auch irgendwo in deinem Leben scheiße mal gebaut, aber trotz alledem bist du irgendwo ein feiner Kerl. Ja, du bist ein richtig feiner Kerl. Jemand, der eine Kneipe hat zu sagen, du machst Leuke alkoholabhängig. Bist ein feiner Kerl, Bro. Und genau das ist der Knapppunkt bei euch, dass ihr euch noch in den Spiegel schauen könnt. Stellt euch vor, das passiert mit euren Kindern mal. Oder mit euch. Und dann schauen wir mal, wie es dann mit euch geht. Dann ruft ihr die Polizei. Oh, Hilfe, Hilfe. Wett ich mit euch. In diesem Sinne, das musste gesagt werden, ihr könnt mich jetzt haten, wie ihr wollt. Ist mir völlig gleich. Auch das hatte ich schon durch mit irgendwelchen Typen, bei denen wir damals ins Stream gekommen sind, auf meinem alten Kanal, wo sie dann angefangen haben, wir tun der nach Tochter was an, obwohl ich mit denen nichts zu tun hatte. Ich hab einfach nur Spielstream, das waren irgendwelche NWO-Typen. Und dann haben die angefangen, da übelst über mich herzulästern. Und weil da einer mich gekriegt hat, dass ich eine Tochter habe, ging es dann gleich voll rund mit dir. Tun der nach Tochter was an und sowas. Ja, das ist natürlich auch vollkommen nicht in Ordnung, muss ich jetzt einfach mal wieder an dieser Stelle sagen. Und von sowas distanziere ich mich auch jederzeit. Aber wie gesagt, das ist halt wirklich nur ein kleiner Prozentteil. Und du in deinem verdrehten Mindset denkst halt wirklich, jeder Hater ist so. Und das ist halt einfach nur falsch. Ohne Grund. Und das ist genau so dieses Ding. Und deswegen weiß ich auch, wie es sich anfühlt. Sowohl echtes Mobbing, genau wie auch virtuelles Mobbing. Habe ich alles durch. Ohne, dass ich den Leuten jemals was getan habe. Guck mal, das ist auch so ein Drachenlord-Ding, ne? Ich habe den Leuten noch nie was getan, provoziere aber mit meinen Aussagen. Digga, will er der neue Drachenlord werden? Ist das irgendwie eine Taktik von ihm? In diesem Sinne, ich wünsche euch das. Bleibt sauber. Denkt mal drüber nach, was der Papa Gott sich euch gesagt hat. Und ich wünsche euch trotzdem einen schönen Tag. Ja, ich dir nicht. Okay, das war das Video. War richtig und wichtig, wie ich mir das angeguckt habe. Das war ja wirklich, alter, das war ja anders schlimm. Das ist ja wie so ein Drachenlord, der in vollen Sätzen argumentieren kann. Das ist ja crazy. Also, halt scheiße argumentieren. Aber, weißt du, wie ich meine? Das ist ja heftig. Also, ohne Witz. Ja, also für mich ist der Typ richtig durch im Kopf. Ja, aber war ein gutes Video. Klotter, vielen lieben Dank fürs Hochladen. Ich küsse dein Auge. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, euer Wingelwongel. Und seid bitte nicht so dieser Typ. Alter, das war ja echt mega belastend. Macht's gut. Ciao, ciao.